Ups. Oh, großes Ups. Hat einer einen Vorschlag? Aber ja, nur einen. Haut rein! Guten Abend, finstere Gentlemen, übles Publikum. Helden jagen euch und doch, läuft ihr noch frei herum. Die Unterwelt-Elite ist sicherhaft, ich versammel sie. Für euch Verbrecher, gibt's euch, die Sacklappen wird so free. Green Lantern hat nen Zauberring, so ein ziemlich starkes Ding. Blue Beetle kämpft und macht nie schlau, doch seine Wunsch legt er nie an. Flash ist schnell, ja, das ist wahr. Er kam auch schon zu früh sogar. Ja, sie sind Helden, das ist ihr Metier. Besser als die Jungs sind nur die Birds of Prey. Ja, sie sind Helden, das ist ihr Metier. Aber lasst euch sagen, besser als die Jungs sind nur die Birds of Prey. Green Arrow ist ein Superstar. Schießt und trifft manchmal sogar. Ich mein ja nur. Aquaman ist stark und mächtig. Ist mir zu fischig, eher mittelprächtig. Und ich kenn Plastik-Prems, denn ich bin ein Plastik-Fan. Die Helden tun euch, wenn sie wollen, sehr weh. Besser als die Jungs sind nur die Birds of Prey. Die Birds of Prey. Ja, sie sind Helden, das ist ihr Metier. Aber lasst euch sagen, besser als die Jungs sind nur die Birds of Prey. Hey! Wirft Batman seinen Betterang. Wird's wie Schurken, ziemlich eng. Mit seinen Tricks, das ist kein Scherz. Bricht er jeder Frau das Herz. Zum Retten eilt er her von fern. Mich retten ließ ich allzu gern. Ich schätze Batman, wo ich geh und steh. Noch besser wär er mit den Birds of Prey. Mit seinen Lacken, Birds of Prey. Er ist ein Held und das ist sein Metier. Aber lasst euch sagen, besser noch als Batman seht die Birds of Prey. Birds of Prey. Meow.